Wir haben heute den letzten Tag, den dritten Tag unseres CSNA Einstern-Springturniers. Wie hat es Ihnen denn bisher gefallen? Ja, ich bin sehr positiv überrascht hier, allein von den Gegebenheiten. Es sind sehr viele Zuschauer hier und die Gegebenheiten für die Pferde und für die Reiter, was immer sehr wichtig ist, ist für unseren Partner Pferd. Da sind die Strahlungen hervorragend, da kann man gar nichts meckern. Also das ist für den, ich glaube, das ist die erste Veranstaltung in dieser Art. Hut ab, da muss ich mein Kompliment aufsprechen. Vielen Dank, das freut uns sehr. Und wie sehen Sie denn die Zukunft unseres neuen Turniers? Ja, wie ich es schon in meiner ersten Antwort gesagt habe, ich finde es absolut super. Es sind sehr viele begeisterte Zuschauer hier. Natürlich durch das Ambiente der Messe ist es super eingebettet, mitten im Messezentrum. Und ich denke, wenn das die Organisation so weiterführt, kann das eines der führenden Turniere in Österreich werden. Herzlichen Dank. Danke. 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 Danke.